bonjour 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 meine youtube-freunde schalke und sports kameraden lese vor ihm lese vorhin schalke hat in der neuen saison ob erst oder zweiter ist ja egal jetzt in der neuen saison ein torwart problem da habe ich mir gedacht torwart problem was kann sein sind alle torütern ist so weg stehen wir ohne torwart freisel freisel sein vertrag läuft ja ende der saison aus der hat ja nur vertrag bis zu ende der saison und schalke hat die verhandlung noch nicht aufgenommen mit freisel deswegen hätte schalke ein tor problem weil zwei interessenten da sind von engel aus england und schottland einmal glasgow rangers und einmal norwich city da musste ich ja schmunzeln aber ist okay und jetzt zum torwart problem ja der einzigste der vertrag hat ist der ralf fährmann noch bis 2025 aber wir wissen ralf fährmann kommt auch in seine jahre auch er ist ein guter ihr wisst ich schätze ralf fährmann sehr er ist ein schalker durch und durch aber du brauchst jetzt langsam einen jungen torwart für die zukunft und wenn schalke mit freisel nicht verlängern sollte oder sagen nicht verlängern sollte im neuen vertrag machen soll nicht schlimm finde ich nicht schlimm deswegen da brauche ich mir gar keine sorgen machen da vertraue ich den ruven schröder weil ich bin jetzt mal ehrlich oder seid ihr mal ehrlich hat der freisel jetzt über überragend gehalten wo wir jetzt sagen wirklich den müssten wir halten sorry nein ich bin ehrlich wenn der ruven schröder mit ihm nicht verlängern möchte oder sagen wir seinen vertrag neuen vertrag machen möchte bin ich ehrlich ich weine den auch nicht eine träne hinterher weil er hat jetzt nicht in den spielen gezeigt dass er ein super torwart ist oder wo ich sagen kann meine güte mit dem mussten verlängern nein wir haben ja noch in der hinterheit unser dennny rose junger torwart den wir auch damals ich glaube aus schottland geholt haben oder aus england ich weiß jetzt nicht genau soll auch sehr talentiert ist ja 18 oder 19 jahre alt vielleicht haben wir den journal in der hinterhand für die neue sohn oder schröder schaut ja schon auf den markt für die neue sohn weil ich bin ehrlich der freisel hat mich absolut nicht überzeugt ist ein durchschnittlicher torwart durchschnitt und da gibt es genug dann war so eine knappen spieler durchschnitt durchschnittliche torhüter bin ich ehrlich deswegen mache ich mir keine sorgen auf der torwart position wo dann wieder steht schalke hat nächste saison wieder torwart problem ich habe immer kaputt ich glaube ich vertraue dem ruven schröder weil er macht eine gute arbeit und ich bin ehrlich auch wenn er mit ihm nicht verlängern wird würde ich würde ich nicht traurig sein was sagt ihr denn dazu schreibt mir ruhig die kommentare wer hat ein riesen verlust wenn der freisel nicht unterschreiben oder mit dem nicht verlängern würde für die neue saison oder lieber neuen torwart oder auf den die rose schreibt meine kommentare meine meinung ist für mich wäre das ehrlich gesagt null verlust null verlust bin ich ehrlich ich schätze dem mal den freisel er steht bei uns im tor wir drücken in die daumen das alles aber wäre für mich kein verlust wenn er nicht bleiben sollte schreibt in den kommentare euer schalker glück auf